Stell dir vor, du kaufst die geilsten Sachen super günstig im Internet. Und da bezahlst du und wartest und wartest und was kommt nicht? Genau, die Sachen. Deshalb arbeiten wir als Verbraucherschutzministerium unter anderem daran, Online-Kunden vor Fake-Shops zu schützen. Indem du dich über die Merkmale von Fake-Shops informierst, kannst du dabei helfen, den Betrieb solcher Seiten unprofitabel zu machen. Verbraucherschutz. Im Großen wie im Kleinen. Was wir noch so machen, erfährst du hier, hier, hier und hier.